Hallo und herzlich willkommen. Das ist mein Vorschlag für eine gute Tat heute. Geht doch mal wieder alleine mit Freunden oder mit euren Kindern und eurer Familie zusammen im Club oder Programmkino. Nicht in die großen Multiscreen Kinos, sondern tatsächlich mal in sowas wie das Clubkino in Sigmar oder Metropol in Chemnitz. Warum empfehle ich das? Weil ich selbst habe vor über einem Jahr entschieden. Ich gehe zum Beispiel in Sinnesdar in Chemnitz nicht mehr, weil die Preise jetzt so sind, dass Familien mit Geringverdienern, wo die Mutter oder Vater, Krankenschwester, Krankenpfleger und Ähnliches sind, fast ein halbes Tagesgehalt ausgeben müssen, einmal mit ihrer Familie ins Kino zu gehen. Und auch wenn ihr sagt, ihr könnt es euch selber leisten, müsst ihr immer überlegen, je mehr bei diesem Wahnsinn mitmachen und dorthin gehen, desto weiter steigen die Preise an und umso weniger können sich das Geringverdiener mit ihren Familien leisten. Deswegen achte ich jetzt selber darauf, dass ich in die Programmkinos gehe, in die Clubkinos gehe, um diesem horrenden Preisanstieg in den normalen Kinos endlich im Gegenpol entgegenzusetzen. Und schon aus dem Grund würde ich es schön finden, wenn viele von euch mitmachen und statt in eines dieser Multiscreen Kinos dann in so ein Programm Kino gehen, wie es Clubkino oder Metropole. Vielen Dank und eine schöne Adventszeit noch.